Untertitelung des ZDF, 2020 Pass auf! Da draußen ist was! Mann! Immer diese verdammten Tentakel! Warum haben wir nicht den Helikopter genommen, Chris? Weil der Satellitenlater die Elektronik zerstört hat! Ja, schlimmer als ein Stromausfall! Wie viele von denen gibt es? Weiter dranbleiben! Die lassen nicht nach! Wir haben Fahndes jetzt! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wir müssen irgendwie auf die Zenobia kommen Hier können wir an Bord Jessica, wir müssen ein Versprechen einlösen Auf geht's Toll, wir beide auf einer Kreuzfahrt Leider säuft das Schiff ab Freunde der BSAA Ihr habt die Regia Solis gestoppt Jetzt werde ich berichten, was ich weiß Alles über die Queen Zenobia Und die Geheimnisse, die sie bewahrt Geheimnisse? Hört mir zu Erstens, warum wurde die Queen Zenobia erst jetzt gefunden? Wie konnte sie unentdeckt im Mittelmeer umhertreiben? Das war kein Magienspiel Zweitens, warum verschwanden alle Spuren von Veltro nach der Terragritia-Panik? Sag du's uns doch, hein? Hm Und drittens Warum will jemand mit der Regia Solis die Queen Zenobia zerstören? Die Antworten auf diese Fragen führen zu einer unbeklemmen Wahrheit Du musst jetzt ein Ding, um das Jessica Warum hast du auf ihn geschossen? Um unsere Leute zu beschützen Ist das nicht unser Job? Stört mir ja nicht weg Verdammt Raymond Aber Wieso? Warum spielst du auf der Seite von Veltro? Was meinen Sie? Finde die Wahrheit im Terragritia Was war der Wimientos »Journe« Christi Studierende Was war der W miel Wollen Sie? Vielen Dank.